Hallo, wir sind jetzt gerade in einem China-Restaurant in China und wir haben richtig leckere Sachen bestellt, also richtig chinesische Sachen bestellt. Wir haben jetzt erstmal, da ist kein Tee drin, sondern orange Saft und wir haben uns jetzt einmal frisch fressen lassen. Das wollen wir jetzt trinken und das Essen kommt jetzt nach und nach. Ein paar Sachen sind schon da, aber wir warten erstmal, denn heute gibt es... Ja, richtig echte Pekingette. Können wir das heute mal zeigen, wie das dann aussieht. Ja, Clara ist auch da. Also meine armen Kinder und... ne, Johan nicht, aber Justus und Clara suchen jetzt gerade wieder vergeblich nach Gabel und Messer. Ja, da gibt es hier einfach nicht. Ich kann gerne fragen, aber gibt es hier nicht. Also wenn du nach China kommst, dann solltest du dir selber dein Besteck mitgeben. Das haben wir vergessen, leider. Hätten wir machen sollen. Bevor es zerstört wird, weil alle hier schon anfangen zu essen, bevor der Hauptgang da ist. Aber ist das nicht hübsch gemacht? Hübsch gemacht, gell, Justus? Ja. Justus hat Hunger. Oh. Dass die Soße ist, schmeckt dir gut? Ja. Ja. Johann, schmeckt dir Deins gut? Ist das süß-sauer? Ja. Das ist mein Krebs. Hast du deinen Krebs? Mit Reis. Der Tisch füllt sich langsam. Auch wenn wir schon ganz viel aufgegessen haben. Also der Krebs ist super mega lecker. Kann ich nur empfehlen. Das ist jetzt gerade nochmal neu gekommen. Dann haben wir hier schon die Reste von der Pekingente. Also bei der Pekingente wird ja nur die Haut abgemacht und die Brust. Und den Rest haben wir nochmal so zum abkauen bekommen. Das macht man so in China. Das gehört zum guten Ton. Dann gibt es ja noch so ein Chi. Den möchte ich gleich mal probieren. Ja. Ja, aber fern die Pfanne zu fahren. Ja. 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 Also das ist erst mal die Soße, die man auf dem Fladen drauf macht. Und dann kommt die Ente drauf und dann noch diese Zutaten. Dann kann man sich alles selber zusammenstellen und dann wird gerollt. Kannst du uns gleich mal zeigen, wie das geht? Und wie ist er da? Ich weiß auch nicht. Ich habe immer zugekuckt. Wo sind wir denn hier schon wieder gelandet? Justus. Weil ich eine heiße Quillen. Ja, das sind die Hot Springs, von denen ich erzählt hatte, wo ich unbedingt hin möchte in Nanjing. Und jetzt sind wir 40 Minuten vor 40 Minuten mit dem Taxi gefahren. Und wir sind da. Ja, meine Hose klebt ein bisschen. Ich hoffe, die heißen Quillen sind ganz kalt. Andere Menschen kommen hier im Winter her. Justus möchte im Sommer zu den heißen Quillen. Ja, das ist der Frühling. Wo weiß man denn, dass im Frühling der Frühling so ist wie bei uns der Sommer. So, jetzt gehen wir rein. Und die Hose klebt. Wir wissen nicht, wo wir genau hin müssen. Ich bin sehr gespannt, Justus. Guck mal, ich zeige dir noch mal kurz den Weg, der ist so schön. Guck mal, da kann man auch lang gehen. Hier hat man richtig Natur. Wir sind hier mitten in den Bergen gelandet. Müssen wir da nicht rein? Ich glaube, wir müssen da rein, Justus. Guck mal. Urlaubsresort ist das auch für die Chinesen hier. Die kommen gerne her. Schön hier, ne? Ja. Richtig hochwertig alles. Sehr, sehr schön. Okay, wir müssen da hin. Elisa, komm mit. Wir gehen zu den Frauen. Papa, Papi findet euch den Weg. Ja? Ach so, Badesachen. Clara, geh mal bitte unsere Badesachen holen. Mit deiner und Elisa. Wir sind hier im Paradies gelandet. Und alle paar Meter gibt es hier so eine Quelle. Da kann man sich dann reinlegen. Aber die sind leider alle total heiß. Sind alle um die 42 Grad. Leider können wir auch kein Chinesisch lesen, deshalb wissen wir auch nicht, was da steht. Aber Justus meinte, er möchte jetzt hier lang. Also gehen wir jetzt spazieren. Genau, alles einmal an. Ja, das ist das nicht, der für spaziert ist. Das ist doch viel, viel heißer. Ich glaube, das ist 48 Grad Celsius. 40? Oh! Da rein, jetzt. Ja, Kopfbruch. Gibt es hier gar keine Temperaturanzeige? Ja, lieber nicht. Lieber nicht, hier ist eine pralle Sonne. Es ist noch heißer als die anderen. Das geht doch gar nicht. Pappi! Guck mal, Maki, da gibt es einen Tunnel. Das traut sich nicht. Jetzt von Kamera alles muss ich ja. Du siehst hier in der Kamera aus, wie so klebst. Du siehst schon rot aus. Kannst du reingehen? Du kannst reingehen, Elisa. Langsam. Und beim Hinten gibt es den kalten Dutzer. Siehst du, das sieht vorher traumhaft aus. Ich mache gleich ein Foto von dir, ja? Wie du da so krebsig bist. Oh, das sieht super aus. Geht das, Elisa? Nein, ich bin nicht. Geht die nicht heiß? Das ist echt wie in so einem Traum. Das wären wir sonst wo. Dabei sind wir einfach in China. Das ist ein Punkt um mich herum. Ein Riesenschmetterling. Das sieht man in Deutschland nur in Schmetterling-Parks. Und dann auch nur von Weitem. Justus, du duftest ja herrlich. Also, diese Blume. Jetzt haben wir hier auch noch so ein Sand- und Steinbecken entdeckt. Das ist echt krass. Ist das wahr? Ja. Guck mal, dann kannst du dir das auf den Klapper schippen, Justus. Wollen wir das mal machen? Hey, soll ich das bei Klapper machen? Ja! Johann, aber versuch nicht, das Gesicht zu treffen. Das geht nicht lang. Das ist heiß. Heiß. Ja? Das hat sie gerade gesagt. Elisa auch. Guck mal, Elisa. Ist der Sand bei mich auch warm? Nein, nicht so heiß, sondern einfach ein bisschen, einfach ein bisschen warm. Guck mal, da kannst du dich hinlegen, Clara, und dann ist das das Kopfkissen. Der Holzklotz da hinten. Komm, ich schipp dich. Wir machen Wettkampf, da am Ende lässt du ihn schippen. Komm, ich schippe dich. Komm, ich schippe dich. Komm, ich schippe dich. Elisa? Mami macht auch mit. Dann wird Papi ein bisschen schneller. Ich schippe mich auch auf. Auf Ostseestrand habe ich das auch gemacht. Aber ein bisschen anders als Schatz. Aber es ist wirklich anders, weil es hier unten warm ist. Da sind die Steine ja doch ein bisschen warm, ne? Ich habe gerade gelesen, es ist doch gar kein Sandbad, sondern ein Selzbad. Also das ist wohl ganz toll wegen den vielen Mineralien, die hier drin sind. Aber man soll es nicht zu lange machen und sich danach auch wieder abduschen gehen. Jetzt sind die gerade da draußen. Jetzt gehen wir über die schöne Brücke. An der Hand, Elisa. Guck mal zu Papi. Ja, hier sind sehr große Insekten, so wie es meine Kinder sich vorher gewünscht hatten. Wollen wir in der Luft stehen bleiben? Wollen wir in der Luft stehen bleiben? Guck mal, ist das eine Wettbewerb oder eine Rönisse? Was? Die rumgeflogen ist. Das ist eine Biene, eine ziemlich große. Das ist eine schwarze. Komm mir einfach mal. Also, wo? Okay. Groß Insekten. Schau mal, abgehakt. Da hinten geht es jetzt noch weiter. 88 Grad, oder? Ne, 38. Endlich war was Kühles. Ne, 48. Ne, 42. Also wir versuchen hier wirklich in jeden Quellbrunnen zu gehen. Der ist wohl besonders heiß, deshalb steht da, Achtung, heiß. Obwohl es hier überall sonst total heiß ist. Mami? Ja. Ich rufe das Kale. Ja, wir gehen hier gerade über diesen tollen Weg. Wir wollen noch in ein Becken mit Fischen. Es gibt auch diese Fische, die so die Hautschüppchen abknabbern. Das gibt es hier auch. Möchtest du es mal schlusslich? Ich möchte nicht, dass man mir geht. Aber Klara und ich, wir freuen uns schon darauf. Das ist China. Aha. Das ist China. Hört mal auf die Vögelpst. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber hier gibt es eben auch noch diese Steine. Da kann man sich draufsetzen. Da kann man einfach die Seele baumeln lassen, weil das ist immer komplett zu bewachsen. Und da läuft noch so ein bisschen Musik. Herrlich, oder Justus? Voll schön. Sie hat sich hier jetzt so auf diesen Steinen. Also ich kann das empfehlen, im Winter. Heute ist es sowieso schon so heiß. Also heute sitzt ja auch wieder 27, 30 Grad. Und dann auch noch ins 42 Grad Wasser zu steigen, das kostet Überwindung. Aber dafür, wenn man dann wieder raussteigt, dann ist es halt auch nochmal ein bisschen kühler. Aber ich glaube, sowas ist eigentlich eher was für Herbst, Winter. Gott so schön. Ich freue mich, dass wir das hier besucht haben. Ich habe richtig davon geträumt. Jetzt sind wir endlich hier. So schön. Jetzt nehmen wir noch einen kurzen Snack zu uns. Da kann man sich was holen, da in dem Kabüffchen. Und ich habe mir so einen Fruchtchener geholt. Einen Ups-Teller. Moment, ich habe das bekommen für mein Handy, damit es nicht nass wird. Und die Kinder haben sich Eis genommen. Johann hat sich ein Milcheis genommen. Da hat sich so ein Eis genommen. Und Elisa ein Doppelschokoeis. Oh, Elisa hat ein Schokoeis genommen. Papi hat sich was zu trinken geholt. Ich habe Eistee. Und ich mache mal hier mein Obst auf. Es fühlt sich hier an, habe ich eben schon zu Justus gesagt. Das wäre mir hier auf Hawaii oder so. Darf ich mir den empführen? Ja, du kannst ja alles sehen. Was ist das denn her? Das ist doch Dragon Fruit oder so, ne? Warum nicht? Dragon Fruit ist doch die Nuss. Doch, das ist doch das. Drachenfrucht. Nein, das ist her. Ach, Jesus. Also ich meine, dass das doch diese Drachenfrucht ist hier. Die gibt es doch auch in Deutschland. Ich dachte, Jack Fruit ist das Geld. Ja, voll lecker. In Deutschland schmeckt mir das nicht. Mir schmeckt das gut. Das ist Urlaub. Total unerwartet. So schön. Meine Kinder sind hier übrigens in China der absolute Hingucker. Ich dachte immer, Justus wird anguckt. Er wird auch ständig anguckt. Aber meine Kinder, dann laufen die ganzen Chinesinnen vorbei und sagen immer, oh wie süß. Fragen Johann, wie heißt du? Na Johann? Das ist doch Verehrerin. Und Clara, ständig gefragt, ne? Ja. Du bist aber süß. Und wird auch ständig angeguckt. Ja. Und eine meinte gestern zu Elisa, dass sie so niedlich ist. Wie kann man nur so niedlich sein? Und dass sie aussieht wie ein Häschen. So süß. Also wir fühlen uns hier wohl. Es ist einfach schön. Es sind alle so nett und so freundlich. Es sind wirklich alle super freundlich hier. Das ist witzig auch hier wohl. Obwohl er kein Wort Chinesisch kann. Ja, aber sie gucken mich immer an und sagen irgendwas Chinesisches. Dann weiß ich auch, wo ich hingehen muss. Kann ich einmal eine normale chinesische Toilette zeigen? Das hatte ich ja schon mal erzählt. Und so sieht das dann so aus. Loch im Boden. Hier hat man Glück, dass man Kuhpapier hat. Normalerweise gibt es das auch nicht. Und zum Abziehen haben wir einfach mit dem Fuß auf den einen Teil. Dann ist es weg. In der Toilette gehen. Erzähl mal. Dem musst du mal mit ihr helfen. Wie geht man auf die Toilette? Hallo, zu klein. Ist die klein. Mami muss halten, ne? Ja. Ja. Ist der kleine Toilette da. Wie süß. Aber funktioniert hier. Aber nicht mehr anziehen. Nur eine Gewohnheitssache. Aber, du bist zu klein. Zu klein. Na, werdet ihr gefressen? Die Kätzchen so toll ist das. So, ihr gefressen. Oh, jetzt sieht man das bei dir an den Füßen. Wie ist der Kätzchen so toll? Mein Fuß, Mami! Alle gehen an meinen Fuß! Alle gehen an meinen Fuß, Mami! Guck mal! Ich bin hier in den Fuß! Hey! Mein Gott! Kann ich da die Tür haben? Lala! Ich wusste, dass du verpasst warst. Oh, alle können... Guck mal, die sind jetzt alle bei Klarer am Fuß. Oh, ich kann nicht mehr aufhören! Hör mal den Mund! Oh Mann, ich hab gezückt! Oh, guck mal, Joss, das kratzig! Und schon welche bei dir... Oh, bei mir sind auch voll viele! Oh, Mami! Was ist das? Mami! Joss, hast du das? Pappi ist zu kitzelig! Mami, oh, guck mal! Der ist ja ein richtiger Snack! Essen umsonst! Ganz viel! Das ist meine Kitzelstelle! Guck mal, ich hab gesinnt! Was? Die Kitzel nicht so an mir! Ja, das ist meine Kitzelstelle! Oh Mann, oh Mann! Ah! 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 Elisa traut sich nicht ganz! Ah! Ah! Elisa mag nicht von den Fischen gegessen werden! Ich bin von der Fische! Mami, du bist aber sehr beliebt! Ah! 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 Wir mögen Käse! Justus! Komm nur mal rein! Nein, danke! Jetzt nach dem langen, anstrengenden Ausflug gönnen wir uns noch das Essen hier! Das ist auch super lecker! Kann ich auch empfehlen, wenn du hier bist, dann auch hier zu essen! Also hier gibt es verschiedene Suppen! Also das ist ein Buffet! Sogar Justus! Aber super lecker! Super lecker, ne? Ja! Johann auch! Ja! Johann auch! So, das gibt es hier auch! Oder eben auch ganz, ganz leckeres Chinesisches, das sind Suppen mit Fleischklöstchen! Wir haben noch in Ruhe gegessen, jetzt ist Elisa eingeschlummern! Zum Glück haben wir den tollen Buggy dabei! Justus wollte ja nicht, dass ich ein Buggy hole, weißt du noch mein Schatz? Ja, es war vielleicht doch ganz gut, dass wir ein Buggy gesorgt haben! Auf jeden Fall haben wir jetzt Taxi gerufen, das müsste gleich kommen! Der holt uns dann ab! Und dann geht es wieder nach Hause! Es ist nämlich jetzt schon 17.53 Uhr! Was denkst du? Ich sorge mir beide bis hier! Ne, das ist der Taxifahrer! Ne, das war nicht! Das sehen alle aus wie Taxifahrer! Nein, wir haben noch 8 Minuten, dann kommt das! Auf jeden Fall kann man das hier sehr empfehlen, das war sehr sehr schön! Auch ein sehr guter Standard! Ich dachte, es wären hier so, keine Ahnung, in den Bergen einfach öffentlich zugängliche Quellen! Hier ist ein richtiges Ressort! Ja genau! Und auch das Essen war so lecker! Aber das ist glaube ich nicht ganz mehr bergtypisch! Ach Gott, du hast da nur was gemeckert! Nein, es ist nicht gemeckert! Sondern ich dachte, es sind halt so natürliche Quellen! Aber es sind halt ganz viele heiße Quellen, die aufgeheizt werden! Ja! Momentuell! Ganz in einer Oase versteckt! Also richtig toll! Richtig toll! Kann man nur empfehlen! Und sollte man auf jeden Fall einen Tag einplanen! Ja! Ich dachte, man geht da so eine Stunde hin! Den ganzen Tag waren wir jetzt hier! Wir waren jetzt wirklich den ganzen Tag da! Wir sind müde! Wir verabschieden uns für heute! Bis zum nächsten Mal! Bis dann! Tschüss! Tschüss! Tschüss!